Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3 Oh, ja, da war was Wir haben den Sumpf letztes Mal noch ein bisschen weiter erkundet Wir sind fast fertig Und, ja, das erste aus Versehen ist eine Kristallidechse Blatt machen! Aber das zweite aus Versehen ist ein Ja, Typie Mit dem wir uns mal ein schönes Schildduell liefern Oh Gott Das hätte schief gehen können Gut, wir haben gewonnen Oh, jemand hat mich bemerkt Nicht, dass es ihm geholfen hätte Gehen wir erstmal hier hoch Ja, vorhin voraus, Spoiler Hier oben sind keine Feinde, denn hier ist nur ein Mensch Hurrafe Finger, was ist denn los mit dir? Ja, das hier ist Orbeck von Winheim Er ist ein Zauberlehrer Er war der Typ, von dem ich meinen ganzen tollen Zaubersprüche als anderer Charakter gekriegt habe Das Problem ist, er möchte nur etwas mit einem zu tun haben Soweit man mehr als 10 Intelligenz hat Ich habe 8 Also wird das so schnell nicht passieren Keine Sorge Keine Sorge, ich werde ihn Äh Ja Mit In den Feuerbahnschrein holen Dafür werde ich mich einen Slice-Rix bedienen Den man später benutzen kann So, da lassen wir schöne Magier haben Auch einen schönen Magier haben Können wir uns mal ganz kurz umbringen Das war wirklich ganz kurz Hier sind noch ein paar mehr Gegner Ich vergesse immer, dass das kein einfacher Stich ist Sondern halt so ein komischer Laufattacke nach vorne Und ich habe mich getroffen, das ist interessant Guti Die haben wir platt gemacht Hier hinten haben wir vorhin eine Brücke ausgelassen Da wollen wir natürlich auch noch einmal hin Nicht, dass ich irgendein Item vergesse Nein, gut Gut Wir sehen uns als erstes gleich wieder einen schönen Zauberer Ich glaube, wir wollen uns mit dem erstmal nicht beschäftigen wollen Stich mal dem schönen Rücken Wir kümmern uns darum, dass jetzt die kleinen Gegner für die Kicks gehen Wann Bomben? Nichts Hier ist man das, das ist auch nichts Du kannst mich angehören kommen Ich würde es vielleicht aufgefallen sein, aber der hat Bevor er auf mich losgerannt ist, so einen kleinen Schrei Einen kleinen Schrei Ähm Er hat von sich gegeben Huch Und hat damit alle Gegner in der Umgebung alarmiert Nicht, dass er sonst jetzt gestört hätte Hier ist der Stab des Ketzers Das war der Stab, der mich eine sehr lange Zeit über meinen ersten Spieldurchlauf begleitet hat Ich habe den auch sogar auf plus 10 gehabt, also mit dem war ich ganz zufrieden Und sehr viel mehr war hier auch nicht Da muss man ganz kurz nachgucken Langschwert, ob du irgendwas Besonderes hast Wäre vielleicht ein bisschen mehr mein Stil Sag ich jetzt einfach mal Äh Wenn ich das Ding weiter aufrüsten würde Aber da wir schon eine Waffe in Planung haben, die ich dann haben möchte Boah, wollen wir das mal lassen, ne? Habe ich irgendwelche Items, die hier hilfreich sind? Ja, ja, jawohl Vielleicht Dann, äh, man sieht es eigentlich immer, man kann es immer schon erahnen Äh, hier ist ein Boss Der Christ teilweise Der Christ teilweise Und dass ich das verkohlte Harzbindel rausgeholt habe, merke ich schon, bringt echt viel Und dann, wie es mit Bossen normal so ist, man möchte sie so schnell wie möglich platt machen, bevor sie die ganzen bösen Sachen rausholen können Ja Und jetzt wird der Christ teilweise gleich zeigen, was er groß kann, denn jetzt taucht er kurz auf und verschwindet Wenn er so weitermachen würde, wäre das ja langweilig, und ganz ehrlich, das hätte ich da auch nicht Aber irgendwie musste ja schwer werden Deswegen beschwörter ein paar Freunde Äh, das ist ultra leicht zu erkennen, wer jetzt der echte Kristallweise ist und wer nicht, der echte Kristallweise benutzt Das ist violette Magie, während alle anderen Kopien blaue Magie benutzen, da seht ihr euch wieder Der Kristallweise ist kein Schwieriges Besonders wenn ich verkohlte Harzbindel habe, dann, ja Tadaa Ein Boss in... Mal eben so plattgemacht Äh, das war auch der Grund, weswegen ich vorher keine Glut wiederhergestellt habe, denn das wäre echt Verschwendung gewesen Äh, für so einen Boss jetzt auch noch Glut zu opfern, sag ich mal Also, ja Er ist tot Er kann einem echt auf die Keks, auf den Keks gehen Das weiß ich, äh, ich bin auch ein paar Mal beim ersten Mal an ihm gestorben Also, das ist, das war dann schon echt schade, möchte ich fast sagen Naja Auch ich bin nicht perfekt, logischerweise Äh, aber damit haben wir dann Kristallweisen plattgemacht Soweit haben wir dann, äh, auf diesem Weg wieder alles so weit gemacht, was ich haben wollte Das heißt, wir teleportieren uns jetzt schnell dahin, wo wir vorhin einmal kurz waren Also in der letzten Folge Um wieder zurück, äh, um weiterzukommen Zurück, ich will nicht, ich möchte ja nicht zurück hier Tadaa Zur Erinnerung, da oben waren diese zwei Typen, die speziellen NPCs Die wir plattgemacht haben Und jetzt sind wir am Sumpf Ich mag den Sumpf nicht Der Sumpf ist doof Äh, genau wie Wie hieß die Stadt nochmal in Auf Englisch heißt es die Blytown Auf jeden Fall, jeder Darks ist ein Spieler, wird sie kennen und vermutlich nicht mögen Das ist einfach die Stadt, wenn man ganz normal rum geht, kriegt man innen Sumpf Äh, Vergiftung Und wir sehen dann Schaden Auf Und hier sind Schlenke Physisch Nächsten 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 Gift an sich Also das normale Gift Es gibt zwei Gifte Ist kein schlimmer Statuseffekt Man kriegt ein bisschen Schaden Tatsächlich nicht mal viel Das ist Auf Dauer echt vernachlässigbar Also Schaden eben Nicht viel, ja Kann man mit leben Das ist ein Areal, das ich echt viel geübt habe Muss ich ganz ehrlich sagen Ich verlaufe mich hier echt gerne Äh, ich habe dieses Areal hoffentlich jetzt gut im Kopf Dass ich euch schnell durchführen kann Äh, ansonsten macht es echt keinen Spaß Es passiert nicht viel, hier sind nicht so viele tolle Gegner Aber allerdings viele Sachen, die man verpassen kann Äh, ja, nicht vergiftet Ich will gerade aufgefallen sein Äh, ich habe das Item nicht aufgesammelt Ich habe es jetzt verpasst Ich habe das Gifte eigentlich erstmal abklingen lassen Von daher werde ich das andere schnell machen Daumen gucken wir uns dann gleich Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge Wenn hier so ein paar nette neue Gegner Die Einnehmung ist auch vergiften können Also vorsichtig sein, wenn man schon so viel Gift hat wie ich jetzt War das tatsächlich gerade ein bisschen gefährlich, dass ich den einfach so geblockt habe Äh, ja, ich bin tatsächlich Gift Wie gesagt, gefährlich, wenn man blockt und schon vergiftet ist Und wir bekommen einen hilfreichen Tipp Von keinem Spieler, ausnahmsweise Lösche drei Flammen und halte Zugang zum Wolfsrudel, wenn ich mich jetzt gerade nicht verlesen habe Und das sagt uns schon, was wir jetzt nächstes machen müssen Denn, über die Map verteilt werden wir weitere solcher Tempel finden Und hier werden wir diese Flammen finden, die wir löschen können Und lo und behold, wenn wir das machen, bekommen wir eine Katzin Außerdem, das muss echt heiß sein, aber gut, dass wir Handschuhe tragen Und das Feuer geht aus Armes Feuerchen Allerdings geht das Feuer an Und das ist die Tür, wo wir am Ende hin wollen Das wird allerdings noch ein Weilchen dauern, bis wir da sind Ja Der Sumpf ist groß Also, wirklich, wirklich groß Und ich, an sich, äh Ich habe nicht viel Lust hier durchzugehen Der Sumpf ist nicht toll Es ist nicht mein größtes Hassareal Es gibt ein wesentlich schlimmeres Was wesentlich später kommt Die Sorge ist der erste Sterbe Deswegen wollte ich immer zurückgehen, um es zu holen Aber der Sumpf ist so, äh Man wird vergiftet Hier sind überall viele kleine Gegner Absolut nicht meins Das ist ein Schild, der ziemlich gut ist gegen Flüche, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe Gott, sei mal ein bisschen leise, Schnecke Und hier werden wir einen neuen Gegner fassen Nämlich den gefallenen Ritter, wenn ich es richtig im Kopf habe Gefallene Ritter tragen eine schwarze Hand Eine Waffe, die wir später auch noch kriegen können Der hier ist ein besonderer Gefallene Ritter, wenn ich mich nicht erinnere Ein bisschen stärker Hey Aber auch wenn er stärker ist Ich habe keine Chance gegen mich Denn diese 2750 Seelen für den Typen Joa, ist gut Und dann gibt er einen geborsten Rot-Aug-Apfel Und hier ist noch mehr Kohle Haa All diese Kohle Da oben waren wir übrigens, gerade wenn wir hier weitergehen, kriegen wir einen weiteren Zugang Ich sag mal in Anführungszeichen Zugang zu dem Ort Da wir das jetzt nicht unmütig brauchen, würde ich sagen, können wir zurückgehen Und das gibt es was abgeklungen Jetzt könnt ihr euch selbst beurteilen Die Hälfte ist echt kein gefährlicher Statuseffekt Also... Das ist ja nichts gewesen, was das Ganze uns abgezogen hat Gut, ich würde sagen Für diese Folge reicht das soweit erstmal Und für euch zur Orientierung Wir werden uns beim nächsten Mal Da oben an der Feuer wieder treffen Und dann erkunden wir weiter den Sumpf Wahrscheinlich noch ein bisschen länger Aber wie gesagt, das ist halt so Vielleicht kleine Sache noch Zwischenzeitlich werde ich ein paar Sachen machen Ich habe 24.000 Seelen, die möchtet ihr verwenden und nicht verlieren Ich habe einen ersten Schrauber bekommen, die werde ich einlösen Und ja, bis zum nächsten Mal